Da war ich diese Tage Essen mit einem Freund und dann hat er sich beschwert oder sich gefragt, was soll er denn eigentlich tun mit seinen Mitarbeitern, die seiner Meinung nach nicht genug Verantwortung übernehmen, die einfach in dem, was sie zu tun für ihn zu passiv sind im Unternehmen. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch ein super spannendes Thema, das können wir gleich aufgreifen und mal schauen, was uns dazu einfällt, wie könnte man diese Beziehung und auch diese Mitarbeitersache sozusagen anders gestalten vielleicht. Ja, ist tatsächlich super spannend, weil wenn wir auch die letzten paar Wochen hernehmen mit der Thematik der Zielgestaltung oder Zielformulierung, dann haben wir ja dort auch so ein bisschen schon in die Richtung gewiesen, wie man vielleicht als Team auch seine Ziele gemeinsam irgendwie formuliert, weil ja da irgendwie dieser erste Punkt dann schon gleich drinnen ist, weil wenn mir jetzt von oben bestimmte Aufgaben oder Ziele oder welches Wort man da auch nutzen möchte, nur auferlegt wird, dann ist das ja irgendwie schwer, Verantwortung zu übernehmen dafür. Und ich würde fast sagen, das ist so der erste Schritt, den man bei sowas irgendwie gehen müsste, ist so, in welchem Bereich konkret entsteht halt dieser fehlende Buy-in, sagen wir jetzt mal. Also wo ist das erste Mal, wo einem diese eben Passivität auffällt in der Kommunikation oder halt in der Zusammenarbeit? Weil ich glaube, wenn man da irgendwie mal diesen ersten Startpunkt gefunden oder gelegt hat, dann wird man glaube ich relativ schnell hinkommen, zumindest in die richtige Richtung kommen. Liegt das an den Zielen, die wir nicht gemeinsam formuliert haben? Liegt das an den Kommunikationsstrukturen, die wir nicht gemeinsam formuliert haben? Liegt das an den Arbeitsprozessen, die quasi dem Team auferlegt werden, ohne dass sie halt selber sich finden können vielleicht? Und das finde ich eigentlich ganz interessant, da mal irgendwie drüber zu überlegen, wo gibt man denn überhaupt seinem Team die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen? Also da haben wir ja ganz konkret auch bei der letzten Folge von Führungskapital irgendwie drüber gesprochen, dass das ja immer auch eine Sache ist von, dieses Geben von Verantwortung ist ja immer auch so ein Empowerment für die einzelnen Teammitglieder, dass sie sich da wirklich quasi aufgehoben fühlen sozusagen. Also da ist ja dieser Verantwortungsaspekt hat ja ganz viele Ebenen.